Hallo und herzlich Willkommen liebe Genießer bei Lecker Kochen mit vom Fass. Jetzt machen wir die kleine italienische Vorspeise mit unserem Roschetta Gewürz. Dazu brauchen Sie drei gehäufte Teelöffel. Jetzt nehmen wir das Olivenöl Concur della Luna, das ist ein ganz mildes Olivenöl aus Italien und rühren das mit dem Gewürz zusammen, sodass es eine etwas sämige Paste gibt. So passt das schon und dann lasst es einfach so eine Viertelstunde, 20 Minuten ziehen. Dann hüllt ihr die Tomaten aus. Die Kerne machen das alles viel zu flüssig. Dann schneidet ihr nur das Tomatenfleisch in kleine Würfel. Dann haben wir die Tomatenwürfel einfach dabei. Mischen das Ganze und lassen das jetzt nochmal so ein Viertelstündchen zu. Dann verteilt ihr das einfach auf euer Baguette und einfach ein schönes Glas Prosecco dazu. Guten Appetit!